Das Amulett, was wir für die eine Quest finden sollten, haben wir auch immer noch nicht gefunden. So, hier hoch. Phasenspinnengift sollte nicht so schlimm sein. Oh, sie ist genetzt, okay. Dann gehe ich erstmal weiter auf, Putschmittel. Okay, sie ist nicht mehr genetzt. Oh, wieder eine Höhle. Schon wieder eine Spinnenhöhle, oder was? Mal, hätte ich hier hochklettern können und von hier aus auf die Spinnen schießen können. Okay. Gucken wir mal in die Höhle. Äh, nicht gut. Tote Hunde. Wie ihr wünscht. Tote Knochen. Okay. Okay. Hier müsste eine Falle sein. Okay, Zapana töten ist auch nicht schön. Ihr braucht nur zu fragen. Gut. Unsere Erfahrungspunkte sind gerade schön und gut. Dorn hat bald ein Level ab. Da ist die Falle, die ich vorhin gehört habe. Darf ich jetzt speichern? Gut. Okay, das ist eine kleine Höhle. 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 Wie kann ich helfen? Ich werde mich in Hand umdrehen, darum kümmert. You want me? Right. Ha! My aim is true! I'll recover. Ha! My aim is true! Yeah? Auch nicht gut. Also nie da unsichtbar hinzuschicken, das rettet ihr schon mal das Leben. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. You want me? Right. I'll recover. Worum geht es diesmal? Ha! My aim is true! Ja? Wie ihr wünscht. Ha! My aim is true! Das muss das große Vieh weg, das ist am gefährlichsten. Bleed for star! I'll recover. Ah, das ist auch noch eine Mimik. Worum geht es diesmal? Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Wie kann ich helfen? Ja, Sabiel. Wie kann ich mich helfen? Swing whatever you like. Worum geht es diesmal? Be direct. Kriegt er jetzt gerade noch... Ja, er kriegt noch Schaden. Da ist ein... Da ist Gift auf ihn drauf. Ach so. Leider hat er trotzdem noch Schaden durch dass Gift. Er hat trotzdem noch Schaden durch das Gift. Haltet immer noch Gift Schaden. Ich habe doch hier so ein super Gegengift, ja. Nicht mal das hilft. Hm. Dann bleibt nur ein Heilungselexier übrig. Okay, das scheint gewirkt zu haben. Ein schöner Bogen. Bogen der Todesfee. 10% Chance pro Treffer Mantel der Angst mit dem Träger im Mittelpunkt zu wirken. Er teilt panischen Zielen einen zusätzlichen Punkt Magieschaden. Okay, ich kann keine zwei Schusswaffen ausrüsten. Pfeil der Anti-Magie. Zauberbruch und ein Pfeil plus 3. Dann haben wir die Pfeile plus 1 in den Rucksack. Beißende Pfeile wollte ich verkaufen eigentlich. So, dann nutzen wir hier die Höhle mal. Zum Rasten. Okay. Darf ich's nochmal versuchen? Jawohl. Worum geht es diesmal? Vita, Mord, 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 Mord. So, machen wir den Quick-Safe. Und gehen wieder raus hier. Oh, es ist Tag. Höhle, das heißt wir gehen jetzt dann als nächstes hier rum. Hier gab's ja nichts. Gehen hier rum und dann da unten rum. Okay. Und da sind wir ja auch ziemlich bald durch dieses Gebiet durch. Oh, Bärenpilz. Oh, Bärenpilz. Hilft das Glücksbringer, okay. Auch gut. Und neue Displacer Beasts. Ich werde mich im Hand umdrehen, darum kümmern. Ich werde mich anstrengen, umdrehen. Und da hat dort seine Lübel ab. Gut. Ein L erstmal ein bisschen. Gut.